ein herzliches willkommen ihr lieben schön dass ihr eingeschalten habt heute mal mit einem altbekannten und neu wiedergefundenen game dark and darker also quasi super dunkel und heute mal im duo mit dem lieben manuel ak extreme ich habe mir aufgefallen mein mikrofon übersteuert manchmal ein bisserl lache super freue ich mich das getappt hat und naja ist ja jetzt quasi die neue version und neue quests und alles neu neue season jetzt gibt es eine neue quest oh was goldner zahn jetzt hab ich alles schon gefunden kann ich alles abgeben ich kann schon die ersten quest ja erfüllen was für die box dass die kleinen ersten fünf minuten bei der zweiten allerdings war schon so soll mir schon klar so ein heißer dämpfer das war schon kritisch ausrüstungspunkte hast du 18 naja ich habe jetzt erst mal mehr habe ich eigentlich jetzt so viele nicht eigentlich ach so ich habe die blaue hose gekriegt durch die westen an die kann ich erst mal ablagern und verbände lager ich auch erst mal ab jetzt habe ich auch achte let's go ok let's go nice roguelike für die die sonne kennen und gibt drei level levels aktuell wobei man aber noch in die hölle kommen kann ich habe noch ein super klo ist aber nicht für hier aber für kingland zu crowns es geht los also es ist halt schön dunkel andere andere gegner naja die kann man ich glaube mein im game sound ist zu laut ich muss mal ganz kurz im game sound ein bisschen her minus ok alles so passt passt so skelette killen und looten level und looten hier geht es runter ach du scheiße ach du achte ist der boss hier ist ein boss mach ich guck dir mal rein und es ist leer es erwacht ach du scheiße er ist ja voll gut naja bist du fast gestorben da ging es ja noch mal und hier mal lampe aus und hier mal lampe ausmachen findet kann ich die türe zu machen ja es war schon ganz schön krass krass experience ich bin wieder zu tschau tschau ok schnell wieder zugemacht die türe ne die türe offen lassen hier was zieht ich brauche mich dort nicht mehr hin ich schütze mich alles an ne ne also krass du bist so rein und dann kam er gleich mit seinem sperr und dann hat er dich gleich aufgespäßt oder ein fetter geist oder ein fetter geist ne oh ne und dann noch das oh ne das wäre doch nicht gut oh daneben ne ne ah hit ich muss mich hochheilen ha 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 hit wir können machen es das kann man leben ok ok mal hier mal aus hier oh ist hinter dir der neklo gänzer ups da neben na neben hart lever 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 headshot ne nein ich geh in die sackgasse rein ich geh in die sackgasse ja kein problem oh der hat mich getroffen in der sackgasse ha daneben ne da floaten ich nicht Damage aber du musst nur killen also du musst nur hitten und killen ey daneben was ist denn das passieren soll was denn das für ne achso nice aber daneben stirb headshot ja ey was immer noch nicht wo soll denn jetzt oh oh ne das ging ja schnell 100 plus 24 pfeile oh 45 rüstung ich höre irgendwelche geräusche als wäre hier die gegner auch das noch er ist nennt man überhaupt dieses genre also roguelike auf jeden fall nennt man das dungeon trawler dungeon 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 action dungeon action game extraction 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 wir müssen uns selber nämlich extracten oh handschuhe mit rüstung 8 superschlecht ah ich sehe noch wollen wir den tippen ne komme bin ready bin ready wo ist er wo denn ich sehe sie ja gar nicht ne ich sehe sie nicht ah ich sehe sie boah es sind übel viele ne wer hat mich jetzt getroffen vorsicht es sind zwei teams ne weg ich muss weg ich muss weg ich muss weg ist zeitig ach du scheiße zwei teams hier die kommen links die kommen links die kommen links Pisser eh kann sein ich hab ihn gehüttet oh ne das hat mich geüttet boah oh ne ins kletz was soll das denn jetzt hier ja den hab ich getroffen vorsicht oder eigentlich hä oh scheiße was der hat mich doch gut gehittet der typ ah man no boah kacke ich dachte eigentlich ich hab dann auch Schaden gemacht aber ich weiß es nicht so richtig oh oh ne gut aber wieso sind die denn jetzt wie sind das so zwei teams oh das waren jetzt zwei teams oder was endlich mal scheiße ich dachte es waren jetzt doch zwei teams hab ich den typen nicht gehittet ah man weiß es nicht so richtig mach dich so schlecht angestellt ähm ich hab den schon auch einen Brommer getroffen so ist es nicht also muss ich sagen aber ganz schön schlecht aber du hast gesagt es sind zwei teams da bin ich weggegangen weil ich dachte ich lass mich jetzt hier nicht sandwichen scheiße ne also manchmal weiß ich nur was da passiert ah jetzt muss ich wieder jetzt muss ich erstmal ne halbe Stunde aufs Handy gucken kacke ok komm nächste Runde warte mal ich nehm mal was mit aus dem Lager was ist besser eigentlich normalerweise also was jetzt die Zuschauer wissen normalerweise gewinnen wir alle Kämpfe immer ich dachte ich dachte das war jetzt Absicht ich dachte das war jetzt auch ein bisschen Absicht ich dachte ich dachte hä hä sofort 53 soll collector was also wenn man jetzt bessere Ausrüstung anlegt steigt dieser Wert und während der über 25 ist kommt man in Lobbys mit anderen Leuten die auch über 25er Ausrüstungswert haben nächste Stufe ist eine 125 let's go ok ein Bogen habe ich deinen schönen Bogen einfach mal auf sie bis gute Gegner naja mal gucken das war jetzt vielleicht auch ein bisschen Pech wir sind Pech wir haben immer jetzt haben wir uns abgesahnt wir haben immer wir haben wir haben wir haben einander gehen einander gehen tausend wir fallen einander gehen einander gehen ich müsste mal noch ne ich müsste mal noch hier Hotkeys vergeben für die ganzen 10 machen wir mal keine Szene der wie Madenmann Madenmann ok let's go oh er hinter dir ein Wolf ach guck mal der ist ja in die dronne gerannt ich schieße den Wolf weg ah ne losgelaufen so du musst hier nämlich durchschlagen und übelst den geilen der hat mir zu weh verfallen boah ich hab die Ranke zerstört jetzt hol ich mir den Wolf und der hat gar nichts du killst alles hier 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 das müssen wir machen bis auf der PvP z tvp Zeit für mich kisten wo ist denn die kisten boah hier ist ein Wolf ne, ne Mücke ja, bei dir im Zimmer oder was he 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 oh, ey ne where ha oh ne ist ein künderbogen schützt ah, katz, was ist das in den Raum ne, wo bin ich Das stimmt so richtig. Scheiße. Boah, im Dunkeln. Im Dunkeln lässt sich das ja bekanntlich. Ja, easy kill. Nachladen? Frag mich, ob man das überhaupt sieht. Oh, die Bogenszene ist ein Quest-Item. Achso, ich hab noch den Bogen, den kann ich mal wegwerfen. Schau, schau, Bogen. Ne, irgendwo unten. Ich bin unterwegs. Komm ich dich gleich mal besuchen, du? Ich bin vier Mumien und ich bin... Ne, das ist ja easy für dich. Oh, ne, ich sterbe. Ne, ne. Ich komm gleich mal zu dir gucken, wo du schon wieder in die Laufen bist. Was hast du für eine Rasse? Hexenmeister, ne? Hexel. Hexelmeister. Hexelmeister. Ist gut. Ah! Gut, dass der... Gut, dass der Wolf blaue, helle Augen hat. Kann ich denn in der Dunkelheit sehen? Ist ja nett. Oh, das ist das. Oh, bloody Bandage. Ui. Stark. Kiste. Ein Ring. Wo denn jetzt wieder? Ringe. Ah. Ah, ne. Boah. 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 Die Würfel, ey, noch mal gehittelt, haben die mich. Und... Feuerball. Ey, Feuerball. Feuerball. Er macht das, was ein Feuerball macht. Du, du. Feuerball. Boah. Ja, weil, das Kleidgen muss noch ein bisschen aufpassen. ich kann nichts wenn man das anders schießen können wir müssen aber nicht jetzt machen wir fahren ausweichen durch die tischten baby weg geholt krass ist mein erstes tag in daka video seit ewig keiten mal wieder bei youtube ja 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 ich alle glaube nee nee was macht man jetzt der wolf was habe ich erlangt bogen ist dann noch zwei schuss runtergeplumpst ja 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 was war das für ein geräusch hier ist irgendwas krasses ah hier ist ein riesenhuhn hilfe diesen riesenhuhn und ich bin gefangen scheiße ich bin gefangen ok ich komme hier raus ich bin im hühner stall gefangen und jetzt kommt noch ein wolf von oben die sollen sich gegenseitig kühlen scheiße ich bin gleich bei dir die dornen sind nachgewachsen boah das gibt es jetzt nicht jetzt sind die dornen auch noch nachgewachsen ich glaube es ja nicht wir sind jetzt die dornen nachgewachsen scheiße nein hier ist ein riesenhuhn nein oh die dornen ah fucking huhn alter oh jetzt bin ich glaube ich wieder tot geiße die dornen sind frei komm mal komm mal oh der war gerade knapp nochmal komm mal hinter mir rennt das huhn hinter mir rennt das huhn ja lass uns lass hochgehen lass hochgehen ah das ist huhn oh geil hier ist ja ne leiter ja leiter können sie ne ha 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 geil haha der kann aber ne der kann die ah ne der kann ja fliegen um gottes willen ey was ist das denn für ein Vieh ah der kommt hoch oh ne er geht auf mich gut hab ich eigentlich noch ein bisschen Ruhe oh ne was war das tot ne hat mich gestand oh gott der sohn ey das ist ein monster boss das war ja unten im bühner stall drin ist viel oh es hat mich gestand scheiße ok ich bin tot nein oh nein oh los oh oh gott oh was ist das denn naja es war ein Huhn eigentlich nur das war von Zelda das Huhn was kommt wenn man die Hühner ärgert scheiße die Leute die hier zudenken die müssen ja auch denken können nischt scheiße aber eigentlich sind wir über die Pro Gamer scheiße krasses Huhn direkt normal und jetzt gehen wir nochmal zum Huhn und wir rächen uns jetzt an dem Huhn das war eine Frechheit eh Gott das kannst du niemanden andrehen ey was nützt boah boah das war ein schluss hä müssen wir auch schießen können das Ding no ich habe jetzt nur gerechnet dass der Cocktail ist oder wie ist Cock Cocktail ne 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 ich bin nur reingeplupst aus versehen hab dort mit dem Wolf gekämpft bin rückwärts gelaufen dann bin ich gestolpert über eine Planke hab eine Rolle rückwärts gemacht so wie heute der Mann beim Badminton und dann bin ich quasi in der Rückwärtsrolle runtergerollt und dann war da plötzlich dieses Hühnchen und ich dachte ich bin dort eingekerkert woher wurde verkränkt noch jeder ok er wacht nur auf wenn er gestört wird ach gottes willen ey das war ja gerade übelst viele Wölfe waren insgesamt also ich habe dort bestimmt 5 Wölfe gelegt das war ein richtiges Lager am schmürrisch aber das war einmal ein bisschen falsch abgebogen damals naja das ist wie im real life ich habe mir quasi richtig einen Wolf geholt Wolf gerieben scheiße Wolf gerieben fuck das war ein Wolf geholt Hund Hund habe ich mir geholt Lack & Ducker oh hier fliegt irgendwas krasses schon wieder Luft rum oh ne hier in der Harpie vor uns oh ein Wolf oh ne jens 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 kinder schon wieder Schaden gefressen ob hier hittet oh müssen wir auch mal kämpfen wir müssen jetzt hier Harpie bewusen wir müssen jetzt hier Harpie bewusen das ist ja alles nicht schon isse ist das überhaupt eine Harpie oder ist das einfach nur so gib 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 ab oh ich weiß nicht geht ne 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 lebt er noch boah ins Gesicht nice gemacht ist ja krass dass man direkt spawnt nehm ne Harpie oh entgegen ein Rapper Rapper ist das ne ein Rapper Rapper Rappje also Deutsch auf Deutsch ich muss es in Sarg öffnen oh ja grüne Stiefel äh grüne Schuhe für ja 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 bock auf gluten gluten level wir müssen auf jeden Fall looten ne Mimic ne ist vorne so schaffst du schon ne roter Wolf Gabriel Knight der der Baron der Baron das ist hier von Gabriel Knight der Wolf die Frage ist hat der auch ne Marke an sich an sich weil only Zowölfe trauen ne ok warte ich muss mal ganz kurz mich mal heilen ich bin dann wieder dood oh der bumst mich mit Gottes Willen kommst du ja zu nis kommst du hier ja gar nis kommst du hier ja gar nis kommst du hier ja du hä in den Heinzelmann ein paar Stiefel für dich könnten dir vielleicht gefallen ich kann sich Spackenhelm nehmen äh Spannerhelm äh äh welchen hast du eingelegt äh die Stiefel gönn dir mal die Stiefel Wille und Stärke Spitzel 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 ist ein bisschen stärker und gewillt so hier warte noch mal so ne Harp jetzt ach ne ist noch mal so glätt ne kacke lebt der oder hallo lebens hallo wir sind zwei riesen riesen Löwenkopfdruhen jaja 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 nur das mal die geilen oh ja blau und oh Hilfe ah ne du bist das oh ja komm hier hoch no no von hinten Carmen wo ist er denn von hinten oh ha ha klub ja auch gut gemacht da liegt sie da ich muss mir die mal ich muss mir die mal ganz kurz angucken es ist ja theoretisch ne Frau ja man krass die sieht aber ganz schön gruselig aus das Gesicht sieht gar nicht mal so hübsch aus die hat ja so ne Art äh Hühnerfüße no Hühnerfuß Hühnerfuß hallo hören sie mich da drin hören sie mich hey jetzt neu tragen so ne krasse Axt boah die Axt im Haus erspart den Zimmermann hallo boah die ächselt ja alles das nehmen wir nochmal krasser Typ ey nicht schon neiler Dude oh Schattenbasket die kann ich gar nicht tragen ich nehme sie trotzdem mitnehmen ich denk's wieder ab auch voll geil will ich haben will ich haben mag ja gut Topfilm kann ich alles ne tragen geil ok let's go let's go krank hier ist ein Trank ich brauch nen Trank Bier hier rüber gehen wir jetzt hier rüber gehen wir jetzt ich brauch Tränkel oh geil ne grüne Mütze ja ne Ritter ne jetzt lass oh Gott Ritter der Lokus Ritter der Kokosnuss oah nee er der ist aber der mal zerpflückt die Juri das ist schon geil aus wenns den so zerfetzt Headset 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 ist geil wenn man den in den Kopf schießt und den zerhaut so in seinem Bestandteile ja wollte er mich noch abschießen Hat er wohl nicht geschafft. Sorry, Leute. Ja, hätte ich besser... Sorry. I'm sorry. Oh. Nee, ich brauch den Heidrank, bitte. Aber heute wird die Quest. Ja. Wäre schön, wenn ich aber mich heilen könnte. Finden wir schon noch für dich deine Heidränke für die Quest. Ah ja, hier. Willst du nicht sterben? Aus deinem Egoismus? Ich kann dir ein Bier dafür geben. Das brauchst du auch für eine Quest. Geil, war... Ah, wohl, war es einer. Ja, wohl, war es so ein Schwein. Was denn? Gegner oder was? Mensch, oder? Mensch, sicher. Nee, bitte, nee. Jetzt schon wieder. Abgeholt, jetzt abgeholt. Ich hab echt verpumpen. Pass auf, Skelett noch? War aber nur einer, war nur einer. Ach du Scheiße. Ist der weggerannt? Eigentlich hinterher, oder? Ja, ja. Einen schaffen wir. Jetzt wird es vielleicht. Mit gutem Willen. Ah, nee. Oh, nee. Ist auch juckt. Okay, let's go. Lass mich heilen. So. Nein, ist er weg. Ja, das ist weg. Lass, dann macht er nichts. Lange, lange weg, ey. Hier steht. Kleine Eichenholz-Truhe. Was ist hier unten denn los? Bist du da rein geplumpst? Irgendwas schattet. Was ist er denn überhaupt? Oder unten? Nee, hä? Ja, geil. Was ist das denn für Einer? Das ist ein Biesewicht. Das ist ein Biesewicht. Ich renne in die Flammen rein. Scheiße. Ist er durch die Flamme durchgelaufen. Kacke. So, eigentlich hinterher. Spinne. Oh, nee. Die ganze Spinnen. Oh, Gott. Nee, lass mal es lieber in Ruhe. Das ist eine Schnur scheiße. Die Minuten noch, dann müssen wir weg. Oh, hier liegt eine Fackel. Wollen wir hin? Was ist hier von uns? Ich gucke mal auf die Karte. Also wir sind ja bekanntlich hier. Hier gibt es ja nur Treppen. Das ist ja voll scheiße. Wir müssen eigentlich nach rechts und ins runter. Na, Hölle. Na, Hölle? Echt? Na, dann kommen wir dort bleiben, wo wir gerade waren. Na, dann gehen wir zurück. Dann sind wir hier schon richtig. Hier unten, hier. Hier rum. Das ist Hölle. Hölle, Hölle. Warum vermisse ich mich? Ach, guck mal, hier ist der Zauberer. Ah, geil. Da kommt er nämlich nicht durch. Lull. Na, dann schieße ich schön weg. Oh, nee, jetzt ist er weggelaufen. Aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Unten ja auch schon. Mag das mit einer helle Bade, ne? Nee. Nee. Pass auf. Oh, nee. Spinnen. Oh, nee. Gott, ich glaube. Nein. Kann ich nicht sagen, aber... Wo ist denn jetzt der? Das Glätt habe ich schon zweimal getroffen. Gut. Gut gemacht. Oh, der Magier muss hier noch irgendwo sein. Ich schaue noch... Ich haue noch irgendwas. Oh, geil. Der hat sich gekillt. Der Drottel. New Yorko. Suicide. Ah, nur Scheiße gehabt. Rollen, rotes Skelett. Bring's mit. Oh, nee, nee. Komm, sehr, bis heute. Okay. Oh, die Zeit ist fast um. Zwischen Minuten noch. Geh doch. Oh, nee. Bitte. Gut. Mal schön gemacht. Tumschuhe. Äh. Okay, dann lass uns runtergehen in den Eingang. Ist ja schon hier. Ach so, was krasses geht. Hier ist er. Und dann lege ich ein Lagerfeuer hin. Ja, was krasses wäre schon geil. Ich habe halt auch... Hier einen wirklich guten Loot. Ah, nee. Ich verliere jetzt schon Energie die ganze Zeit. Ich gehe mal rein. Die Fackel nehme ich noch mit. Wobei, hier oben die Fackel kann ich auch noch mitnehmen. Äh, wird eine lange Fackel. Ah, hier ist was geil. Ja, ja. Geil? Was geiles? Ja. Ist ja gut. Hier ist gleich was geiles in der Ecke. Ja, eine riesengroße Mini-Eichenholztruhe. Geil. Oh ja, nur Scheiße. Ein Bier habe ich mitgenommen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich bin noch fix mit. Okay. Echt? Na gut, da komme ich mal mit. Ach du Scheiße. Ciao, ciao. Okay, ich setze. Was denn? Ist mein Dreck jetzt weg? Leih. Warte mal, kann ich jetzt den Lagerfeuer hinsetzen? Ne. Boah. Knoppen. Sochi. Trogeneini. Lagerfeuer wäre gut. Mach ich jetzt. Wir können ja hoffentlich, hoffentlich sterben wir jetzt nicht instant. Ja, gut zum Lagern. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Erstmal das, was ein Lagerfeuer macht. Ja, gut zum Lagern. Klebe Lagerung. Ich will noch nicht nach Hause. Warte. Ne. Ist es weg. Das Lagerfeuer ist weg. What the fuck? Weil ich angefangen habe, es aufzubauen. Gerade eben. Na, 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 na. Vorsicht jetzt. Achtung, ich baue es. 50 Prozent. Und, bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Na, ich auch hier nicht. Ich will nicht. Na klar. Muss ich jetzt nicht unnötig hochheilen am Skelett. Ja, gar nicht. Setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Schöler. Oh, yeah. Oh, oh. Das wird wohl knapp. Das ist ja noch gar nicht die Hölle. Da geht's ja noch. Ist das ein Höllenflätsel, Mann? Ja. Aber ich kann es nur ausweichen. Naja, ich bin weggesprungen. Ich bin rübergesprungen. Weggesprungen. Oh, je. Wisig. Du ne. Malah. Sollwein. Er, ein andern ging. Ja. Ja, da kommt der General. Geschwindigkeit. Finde die Axt. Ja. Zehn' gold hat es ja. Ne, Kacklost. mann wenn wir die ganzen schreine schreiner verbrennt ein schild knapp haben schreien des schutzes hier kann nichts passieren ein wikinger schmerz gesteckt und chirurgie geht ja klar du hast dich an den skeletten hoch doch ahnung ich mache die tür auf und lockt die ganze spinnen zu dir und die kommen gar nicht alles kommt das war sehr interessant ich habe den ganzen raum irgendwie gefühlt ja easy boah was ist das denn in quellpunkt probleme kreise rüstung ist zwar eine grüne aber ist egal er muss aber nachladen ich muss mal nachladen hintereinander gehen jetzt passiert hintereinander gehen hintereinander gehen hintereinander gehen oh gott ey das kann doch ne warzenschwein jetzt ey meine fresse ey oh was für ne deprimierende runde ey ich brech die aufnahme jetzt hier ab das lade ich bei youtube hoch und schreib das ist deine schuld ne aber wir zocken bestimmt dann noch ein bissl und dann nehme ich noch ne aufnahme auf aber ich mach jetzt erstmal hier für youtube tschüss Leute danke fürs zusehen ach sister was ich mal noch einbauen könnte wäre hier sowas Moment ja hab ich jetzt hier ne vorbereitet deswegen mach ich jetzt einfach das hier warte das hier hier zaps zaps zapsen zapsen ist zwar jetzt von dem anderen game die einblendung ich geb es dazu aber ist auch egal so oh nice gut so dann sehen wir uns dann im nächsten video die mit dr manuel extreme aber gut ist das will nicht war schon eine starke leistung so gut zu sterben gerne mehr gut youtube danke fürs zusehen